Evangelium Lukas 1 von 26 bis 38 In jener Zeit war der Engel Gabriel von Gott in einer Stadt Galileas namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war verlobt mit einem Mann namens Josef aus dem Hause David, und der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sprach, »Gegrüßet seist du, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern.« Als sie das hörte, erschrak sie über seine Worte und dachte nach, was dieser Gruß wohl bedeuten sollte. Der Engel sprach aber zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Sieh, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen über das Haus. Jakob in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Maria sprach zum Engel, »Wie wird dies geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten, der Heilige Geist, wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch deine Base, Elisabeth, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, und dies ist schon der sechste Monat für sie, die als unfruchtbar gilt. Denn bei Gott ist ja kein Ding unmöglich. Da sprach Maria, »Sie, ich bin eine Magd, dessen mir geschehe nach deinen Worten.« Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.